Musik Husten, eventuell gerötete Augen und auch eine laufende Nase sind Symptome einer Krankheit. Deshalb nenne ich den Titel zu der Split die Krankheit besiegen. Husten, zum Beispiel die Symptome Halsschmerzen, Nase in der Laufe. Eine Nase, die läuft. Und 2020 waren es Corona-Symptome. Aber darauf wollen wir heute nicht eingehen. Es gibt eine geistliche Krankheit, die vielleicht so verbreitet ist wie die Erkältung oder wie eine Grippe. Welche Symptome hat diese Krankheit und wie können wir sie erkennen? Und die wichtigere Frage, haben wir diese Symptome? Dies sollte jeder für sich beantworten. Selbstgerechtigkeit ist eine geistliche Krankheit, die ihre eigene spezifische Symptome hat, die es zu erkennen, zu isolieren und noch viel wichtiger zu behandeln ist. Die Symptome selbst erklären nicht, was Selbstgerechtigkeit ist. Sie weisen nur auf das Vorhandensein der Krankheit hin. Aber das Isolieren der Symptome kann uns helfen. Beziehungsweise es wird uns helfen, die Krankheit zu besiegen und auch sie auszurotten. Schauen wir uns mal die Symptome an und was wir tun können, um sie in uns auszurotten. Das erste ist Unbelehrbarkeit. Im Internet habe ich Folgendes gefunden zu Unbelehrbar. Unbelehrbar zu sein bedeutet, sich nichts sagen zu lassen. Unbelehrbare Menschen können eigenwillig, rotzig, stur, uneinsichtig oder sogar rechthaberisch sein. Könnte zu mir passen. Manchmal bezeichnet man Menschen, die von einer Sache sehr überzeugt sind, als unbelehrbar. Weil man der Überzeugung ist, dass man selbst Recht hat und den anderen belehren müsse, damit diese einsichtig wird. Es geht weiter. Wenn jemand keinen Rat annimmt, beratungsresistent ist, ist er unbelehrbar. Und wenn jemand etwas Falsches macht, etwas schief gegangen ist und er trotzdem weitermacht, dann nennt man das auch unbelehrbar. Wer aus Fehlern nicht lernt, ist unbelehrbar. Manchmal sollte man auf andere hören, aber manchmal ist es auch wichtig, stur zu bleiben. Unbelehrbar zu bleiben. Meistens ist es jedoch besser, den Geist offen zu halten und verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Die Argumente anderer anzuhören und sich offen zu zeigen, so der Artikel. Es geht weiter mit ähnlichen Eigenschaften, zum Beispiel trotzig, halsstarrig, rechthaberig, widerspenstig, unbequem, aufsässig, hartgesotten, starr, stur, beharrlich, beständig, standfest und eigensinnig. Aber man beachte, es gibt für ein paar Eigenschaften, die als positiv gelten, zum Beispiel beharrlich, beharrlich im Gebet, beständig, beständig im Glauben, standfest, standfest in der Wahrheit, eigensinnig, nicht dem Weg der Welt zu folgen. In erster Linie ist ein selbstgerechter Mensch nicht belehrbar. Wir alle haben schon sehr oft etwas gehört von Hiob. Er war vor seiner völligen Bekehrung ein klassisches Beispiel für Selbstgerechtigkeit. Er war nicht belehrbar. Wir lesen eine Aussage in Hiob 27, Vers 6. Schlangen Sie bitte mit mir auf. Hiob 27, und lesen wir Vers 6. Hiob 27, Vers 6, aus der Hoffnung für alle, ansonsten aus der Luther 2009. Ich bin im Recht und davon lasse ich nicht ab. Ich habe ein reines Gewissen, sagt Hiob. Hiob war sie sicher, dass er gerecht war und wollte sich nicht vom Gegenteil belehren lassen. Ein weiteres Beispiel für diese Symptome der Unbelehrbarkeit findet sich in Jeremia 2, Vers 35. Hier lesen wir, Doch sagst du, ich bin unschuldig. Er wende seinen Zorn von mir. Sieh, ich will mit dir rechten, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Jeremia schrieb, was Gott zum alten Volk Judah sagte. Und doch sprachst du, ich bin unschuldig. Er hat es jedoch seinen Zorn von mir gewandt, wie wir es gelesen haben. Sieh, ich will dich richten, weil du sprichst, ich habe nicht gesündigt. Das alte Volk Judah war selbstgerecht. Die Menschen hielten sich für unschuldig. Sie glaubten, sie hätten nicht gesündigt. Das machte es Gott sehr schwer, sie zu belehren. Es ist praktisch unmöglich, einen Menschen zu belehren, der glaubt und überzeugt ist, im Recht zu sein. Wenn diese Person jedoch bereit ist, sich einzugestehen, dass sie im Irrtum sein könnte oder falsch lag, hat sie begonnen, sich belehren zu lassen. Das ist schon mal ein Anfang. Die Weigerung, sich belehren zu lassen, ist daher ein deutliches Zeichen von Selbstgerechtigkeit. Sind wir belehrbar? Sind wir leicht zu belehren? Oder sind wir starkköpfig und sehr schwer zu belehren? Das nächste ist Stolz auf den Gehorsam. In Lukas 18, Verse 11 bis 12, lesen wir von dem Pharisäer, der zweimal in der Woche fastete. Er war stolz auf sein Gehorsam. Lukas 18 und lesen wir die Verse 11 und 12. Lukas 18, angefangen mit Vers 11. Genau abgewogen. Heute wird Stolz von den meisten auf subtilere Weise ausgedrückt. Wir sind ja klüger geworden. Anstatt den Menschen zu sagen, dass wir fasten oder einen Zehnten geben oder dass wir eine großzügige Gespende gemacht haben, machen wir nur Andeutungen. Sozusagen durch die Blumen erwähnen wir das. Aber macht uns das weniger selbstgerecht, weil wir so raffiniert oder schlau waren? Keineswegs macht uns das weniger selbstgerecht. Was sagen wir, wenn wir eingeladen werden zum Essen bei Freunden oder Verwandten oder Familie und wir müssen es ablehnen? Beispiel, wir fasten. Ach, ich kann nicht kommen zum Essen. Ah, ich faste. Ich mache das nicht. Und wenn wir uns etwas kaufen wollen und kein Geld dafür haben, weil wir es gespendet haben, was machen wir dann? Sagen wir, Mensch, jetzt kann ich mir das gar nicht kaufen. Ich habe alles der Kirche gespendet oder Gott gespendet. Jetzt kann ich mir das nicht leisten. Solche Andeutungen sind Symptome der Selbstgerechtigkeit. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir auf eine eine oder die andere Weise stolz sind und auf unseren Gehorsam gegenüber Gott. Demut ist das Gegenteil. Wahre Demut lässt keinen Platz für Selbstgerechtigkeit. Wenn wir uns bemühen, unser Bestes zu geben, sei es beim Fasten, beim Spenden oder was auch immer, aber ohne zu prahlen und gleichzeitig unseren eigenen Unzulänglichkeiten anzuerkennen, dann sind wir nicht selbstgerecht. Das nächste ist Ich. Ich. Nochmal Ich. Für einen Menschen, der von sich selbst überzeugt ist, dreht sich das Hauptthema eines Gesprächs um das eigene Ich. Ich, Ich und Mein stehen im Mittelpunkt des Gesprächs, denn um sie herum wird gedacht. Ein hervorragendes Beispiel für selbstbezogenes Denken finden wir im ganzen Kapitel in Hiob 29. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie oft man sich das Mich oder das Ich findet. Schauen wir uns dies an. Und lesen wir ein paar Verse in Hiob 29. Hiob 29, angefangen mit Vers 1. Und Hiob setzte seine Rede fort und sagte, Oh, dass ich wäre wie in den vorigen Monaten, wie in den Tagen, als mich Gott behütete, als seine Leuchte über meinen Kopf schien und ich in der Finsternis seinem Licht ging. Als ich in der Reife meines Lebens war, als Gottes Freundschaft über meinen Zelt war, als der Allmächtige noch mit mir war und meine Kinder um mich her waren, als ich meine Tritte in Butterwusch und die Felsen mir Ölbäche gossen, wenn ich in der Stadt zum Tor hinausging und mir meinem Stuhl dort auf die Straße stelle. Das geht so weiter. Hiob war eindeutig auf sich selbst bezogen. Dies können wir in Vers 14 deutlich lesen. Vers 14 im gleichen Kapitel. Ein bekehrter Christ, der vom Geist Gottes geleitet wird, interessiert sich für andere und ist nicht selbst bezogen. Gehen wir zu Philippa 2 und lesen wir Vers 4. Vers 4. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. In der Elberfelder wird es so übersetzt. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das Anderen. Hier liegt die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst, sondern weg von sich selbst. Wir können uns hier selbst überprüfen. Entdecken wir zu viel Selbstbezogenheit? Die Bibel lehrt uns, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wir müssen es jeden Tag ein bisschen mehr tun, denn nur dann werden wir wirklich den anderen Menschen in unserem Herzen und in unseren Danken haben und nicht nur uns selbst. Gott einen Dienst erweisen. In Hiob 35 Vers 7 Hiob 35 Vers 7 Und wenn du gerecht bist, was kannst du ihm geben? Oder was wird er von deinen Händen nehmen? Was hatte hier Hiob gedacht? In Wirklichkeit braucht Gott uns nicht, aber wir brauchen Gott. Wir brauchen ihn. Dringender denn je. Der selbstgerechte Mensch denkt an das, was er aufgegeben hat, um Gott zu dienen. Denken wir so. Anstatt darüber nachzudenken, dass wir durch seinen Dienst für Gott gewonnen haben. Hoffentlich glauben wir nicht, dass Gott durch seinen Dienst einen großen Gewinn hat. Wie würde es aussehen, wenn unser eigenes Kind zu uns kommt und sagt, dass es eine Bereicherung für uns wäre? Es wäre ein bisschen seltsam und ein bisschen eitel. Viel schöner wäre es, wenn das Kind kommt und sagt, viel schöner, nee, danke Mama und Papa, dass ich ein Teil dieser Familie sein darf, dass hier alles mit mir teilt oder teilweise mit mir teilt. Meine Tochter wird zu. In dieser Anspielung sollten wir in der Lage sein, den Unterschied zu erkennen zwischen einer Person, die der Meinung ist, Gott einen Dienst zu erweisen und einer Person, die dankbar ist, dass Gott ihr die Möglichkeit gegeben hat und ein Teil der Kirche, der Familie sein darf. Das nächste Symptom ist Mangel an Mitgefühl. Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen und Gefühl für andere Menschen fehlt, dem egoistischen Menschen. Wie ich es schon einmal erwähnt habe, das Wort Mitgefühl kommt aus dem Lateinischen und bedeutet mit Gefühl. Es ist fast immer kritisch gegenüber den anderen, wenn sie sündigen und verurteilt sie aufs Schärfte. Das, ach, das würde ich doch nie tun. So, ne, ich doch nicht. Aus diesem Grund hat er womöglich kein Verständnis, der dies tut. Diese Person ist in seinen Augen so gerecht, dass es ihm schwer fällt, die Schwächen eines anderen zu berücksichtigen. Die Person ist schnell dabei, den anderen zu verurteilen. Aber langsam ist er mit Mitgefühl. Mitgefühl zu zeigen und vielleicht sogar zuzugeben, dass er selbst unter den gleichen Umständen vielleicht den gleichen Fehler gemacht hätte. In Jesaja 65, angefangen mit Vers 1, ich lesen bis zu Vers 5, Jesaja 65, angefangen mit Vers 1. Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten und zu den Nationen, die meine Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich strecke meine Hände den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk aus, das seinen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Ein Volk, das mich entrüstet, ist immer vor meinem Angesicht, opfert in den Gärten und räuchert auf den Ziegensteinen, sitzt unter den Gräbern, Vers 4, und bleibt über Nacht in den Höhlen. Sie essen Schweinefleisch und haben Gräuelzuppen in ihren Töpfen und sagen, bleib für dich und rühre mich nicht an, denn ich bin für dich heilig. Solche sollen ein Rauch werden, in meinem Zorn ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. die Haltung des alten Judah gegenüber Menschen, die Sünder waren, aber auch eine Prophezeiung für die Zukunft. Gott verurteilt die Menschen, die, obwohl sie selbst Sünder waren, zu den anderen Sündern sagten, bleib weg, du kommst nicht zu mir, ich bin heiliger als du. Dies ist typisch für eine selbstgerechte Person. Diese Person sieht ihre eigenen Fehler, ihre Sünden nicht, kritisiert lieber die Fehler der anderen. Ist viel leichter, viel angenehmer. In Lukas 15, angefangen mit Vers 11, lesen wir Lukas 15, angefangen mit Vers 11. bis Vers 32. Und er sagte, ein Mensch hat zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen den Besitz. Wenige Tage später sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an Mangel zu leiden. Dann ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinem Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tage Löhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Vers 21 Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagte zu dem Knecht, bring das gewand herbei und zieht es ihm an und gebt fröhlich sein. Vers 24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knecht zu sich und fragte, was das sei. Da sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemäßige Halb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete dem Vater sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da ihm das gemäßte Halb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm Vers 31 Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles was mein ist, das ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser deiner Bruder, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden geworden. In diesem Gleichnis sehen wir ein Beispiel für einen selbstgerechten Menschen. Als dem verlorenen Sohn vergeben wurde, war der ältere Bruder zornig. Er hatte kein Mitleid mit seinem Bruder, der ein verschwenderisches Leben führte und er gerettet wurde aus diesem Elend. Er war stolz auf sein Gehorsam, während sein Bruder ein Sünder war. Und weil es dem älteren Bruder an Mitgefühl fehlte, war er nicht in der Lage zu verstehen, dass sein Bruder sich geändert hatte und Reue zeigte. Er hat vielleicht Angst, dass er das Erben teilen musste. Er war wütend auf seinen Vater. In seiner Selbstgerechtigkeit fühlte er sich von seinem Vater vernachlässigt. Haben wir ein ähnliches Gefühl erlebt, wahre Liebe zu empfinden und auszudrücken und den anderen Gutes zu tun? Prüfen wir uns selbst, ob wir Mitgefühl für andere Menschen haben, ganz besonders für unsere Brüder, Schwester hier in der Kirche. Schauen wir uns ein weiteres Symptom an, Selbstmitleid. Kein sagte zu Gott, meine Schuld ist zu schwer, dass ich sie tragen könnte. Das können wir lesen, 1. Mose 4, Vers 13. Kein war selbstgerecht. Er wollte seine Einstellung nicht ändern. Er bat nicht um Vergebung für seine Sünde. Er wollte sich nur selbst bemitleiden. Gott ist aber hart mit Kein umgegangen. Der Punkt ist, dass Kein seine Sünde nicht bereut hat. Er wollte nicht bereuen. Selbstmitleid ist wie ein Krebs Geschwür. Es zerstört und es zerfrisst uns. Wir müssen uns gegen die Sünde wehren und die Schwierigkeiten überwinden. Wenn wir unsere Fehler sehen und erkennen, dann sollte man etwas tun. Aber Selbstmitleid führt dazu, dass man so tut, als sei die Situation total hoffnungslos. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die falsche Einstellung bekommen und akzeptieren die Dinge, wie sie sind. Wir müssen uns ändern und dafür kämpfen, um aus dem Trott zu kommen. Mit Selbstmitleid werden wir nicht glücklich. Es gibt das Lied Será, será, whatever will be, will be. Was passiert, was passiert. Sünden zu rechtfertigen. Das ist der nächste Symptom. Ein weiteres Symptom der Selbstgerechtigkeit ist die Rechtfertigung der Sünde. Ein selbstgerechter, auf sich selbstbezogener Mensch rechtfertigt seine eigenen Sünden, da er seiner eigenen Augen ein Gerechter ist. Für ihn ist es leicht, zu glauben, dass er ohne Sünde ist. Er denkt, er hat nicht wirklich Sünde an sich. Wenn man ihn auf einen Fehler oder ein Problem hinweist, rechtfertigt und entschuldigt er ist. Durch diese Rechtfertigung erscheint ihm das Falsche als das Richtige. Doch bevor der selbstgerechte Mensch dazu kommt, die Sünde als gut und richtig zu bezeichnen, verschließt er seine Augen vor die Sünden. In Offenbarung sehen wir, wie diese selbstgerechte Haltung funktioniert. Schlagen Sie bitte mit mir auf Offenbarung 3 und lesen wir Vers 17. Offenbarung 3 Vers 17 Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich arm, blind und nackt bist. Die Laudizean gelten als selbstgerecht. Sie wissen auf alles eine Antwort. Aber in Gottes Augen sind sie weder kalt noch heiß. Wie wäre es diese Woche schon gehört haben. Offenbarung 3 Vers 16 Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt werde ich ausspeien aus meinem Mund aus der Elberfelder Bibel. Sie rechtfertigen ihre laue Haltung. In ihren eigenen Augen tun sie das Richtige. In Hiob 32 Vers 1 und 2 lesen wir dass Hiob sich für gerecht hielt. Hiob 32 Vers 1 und 2 Da hörten die drei Männer auf Hiob zu antworten weil er sich für gerecht hielt. Aber Elio der Sohn Bararels von Bus der Sibrams wurde zornig über Hiob weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Hiob erlebte körperliche Prüfung. Er dachte er wird von Gott bestraft. Er erforschte sein eigenes Herz aber er konnte keinen Grund finden warum er so litt. Aus diesem Grund musste ein anderer Schuld gewesen sein. Ganz klar. Er kam zu dem Schluss dass Gott an allem Schuld sein musste. Da er ja nicht im Unrecht war. Er hatte die Meinung dass alle seine Prüfung völlig unfair und auch ungerecht war. Er wollte mit Gott streiten. Gehen wir zu Hiob 23 und lesen wir die Verse 1 bis 6. Hiob 23 angefangen mit Vers 1 diesmal aus der gute Nachricht Hiob antwortete zwar möchte ich mein Stöhnen unterdrücken und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen wenn ich nur wüsste wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte ich würde ihm schon meine Lage schildern ihm meine Gründe und Beweise nennen ich bin gespannt was er dann sagen würde wie er mir darauf seine Antwort gäbe ob er mich seiner Allmacht fühlen ließe nein hören würde er auf meine Worte ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen als einer dem nichts vorzuwerfen ist das müsste auch mein Richter anerkennen das ist der Höhepunkt in Selbstgerechtigkeit in Hiob 40 Vers 8 können wir lesen was Gott zu Hiob sagte Hiob 40 Vers 8 hier sagt Gott zu Hiob willst du mein Rechtsurteil zunichte machen und mich schuldig sprechen damit du gerecht bist und doch gelang es Gott Hiob davon zu überzeugen dass seine Haltung falsch war Hiob 42 Vers 3 Wer ist es der den Ratschluss mit Unverstand verhüllt darum bekenne ich dass ich unklug geredet habe was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe er kam zur wahren Reue verachtete sich selbst übergab sich Gott und bereute und Staub und Asche Vers 6 darum spreche ich mich schuldig und tue Buße im Staub und Asche das nächste Symptom Gottes Gerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit Wie wir in Hiob 29 Vers 14 gelesen haben Gerechtigkeit war mein Kleid und er fuhr fort sich seiner zu rühmen aber diese Gerechtigkeit war eindeutig nicht die Gerechtigkeit Gottes in Philippa 3 lesen wir die Verse 4 bis 9 Philippa 3 angefangen mit Vers 4 Obwohl ich auch in menschlichen Vorzüge Vertrauen haben könnte wenn ich ein anderer meint er könne auf menschliche Vorzüge vertrauen so könnte ich es viel mehr am achten Tag beschnitten am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräern nach dem Gesetz ein Pharisäer was den Eifer betrifft ein Verfolger der Gemeinde was die Gerechtigkeit betrifft untadelig im Gesetz aber was mir Gewinn war das habe ich um Christi Willen für Schaden gehalten ja ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck damit ich Christus gewinne Vers 9 und in ihm gefunden werde dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe sondern die durch den Glauben an Christus kommt nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens hier wird klar erklärt die Selbstgerechtigkeit und die Gerechtigkeit Gottes Paulus begann mit einer Aufzählung von Dingen die er als stolz auf die er stolz sein konnte dann fuhr in Vers 8 fort und zeigte dass er all diesen vergangenen Ruhm als nichts ansah in Vers 9 lesen wir diesmal aus der guten Nachricht zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes tun vor Gott als gerecht bestehen ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit die aus der Befolgung des Gesetzes kommt sondern die Gerechtigkeit die von Gott kommt und denen geschenkt wird die Glauben und ich möchte vor Gott als gerecht bestehen indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse was er durch Christus für mich getan hat Paulus erkannte den Unterschied zwischen Selbstgerechtigkeit und Gottesgerechtigkeit vor seiner Bekehrung war Paulus selbstgerecht gewesen aber nach seiner Bekehrung wurde er durch den Glauben an Christus in ihm mit Gottes Gerechtigkeit erfüllt den Unterschied zwischen der Gerechtigkeit der Israeliten und der Gerechtigkeit Gottes macht Paulus in Römer 10 die Verse 1 und 3 sehr deutlich Römer 10 die Verse 1 bis 3 Brüder meines Herzens Wunsch und mein Flehen zu Gott für Israel ist dass sie gerettet werden denn ich bestätige ihnen dass sie Eifer für Gott haben aber nicht mit Erkenntnis denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und danach streben ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten haben sie sich vor der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen ihnen fehlte der Heilige Geist und somit versuchten die Israeliten ihre eigene Gerechtigkeit zu errichten was zu Selbstgerechtigkeit führte wie wir es eben gelesen haben versuchen wir das gleiche zu tun was können wir tun suchet Gottes Gerechtigkeit Jesus sagte dass er aus sich selbst heraus nichts tun könnte Johannes 5 Vers 19 Johannes 5 und lesen wir Vers 19 da antwortete ihnen Jesus wahrlich wahrlich ich sage euch der Sohn kann nichts als sich selber tun sondern was er den Vater tun sieht denn was dieser tut das tut in gleicher Weise auch der Sohn er wusste es und er gab es zu deshalb war seine Gerechtigkeit keine Selbstgerechtigkeit sondern die Gerechtigkeit Gottes er vertraute nicht seine eigene Kraft um gerecht zu sein er betete ohne Unterlass und bat Gott um seine Gerechtigkeit zu schenken und so wie Jesus seinen Vater um diese Kraft bat so werden auch wir ermahnt Matthäus 6 Vers 33 Matthäus 6 Vers 33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit dann wird euch das alles zufallen der Kampf gegen die Selbstgerechtigkeit ist ein ständiger Kampf dazu gehört der tägliche Kontakt mit Gott durch Gebet durch Bibelstudium damit Gott und Christus durch den Heiligen Geist in uns lebt leben kann wenn Gott weiterhin in uns lebt wird seine Gerechtigkeit die Selbstgerechtigkeit ersetzen Galater 2 Vers 20 unsere letzte Bibelstelle Galater 2 Vers 20 Hier zeigt Paulus mit der Kraft Christi dass er in ihm lebte Ich lebe doch nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat Es ist das totale Vertrauen in Gott das uns wirklich gerecht machen kann Natürlich müssen wir unseren Teil dazu beitragen ganz klar aber die wirkliche Kraft und Hilfe dazu diese kommt von Gott und wir müssen jeden Tag im Gebet um seine Hilfe bitten um zu erkennen und auch auszumetzen jede Spur der Selbstgerechtigkeit zu und die